20,25 wert wäre gut gewesen, dann wäre das Ding gelaufen. Ach, fuck man. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Das ist ein Spiel genau was für dich. Du bist ja eine sehr ruhige Seele. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich nehme jetzt erstmal alles was mit Ernte zu tun hat. Dass ich den schon mal ganz oben habe. Und dann habe ich den schon mal ganz oben. Ja, ein bisschen Glück. Und ich glaube, ich muss auf Nahkampf scheißen. So, ich muss komplett wirklich auf Technik gehen. Aber was willst du da machen, wenn so ein Plasmahammer kommt? Da sagst du auch nicht nein. Kartoffeln. 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 Nein, ich probiere es noch einmal ohne Kartoffel. 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 layersndebad. weiter was ist mit meiner kohle passiert ich muss alles ausgeben mit der sparschwein ja gar nichts ab Oh, war mal, war mal, war mal. Erhalte minus 100% deiner Materialien am Anfang einer Welle. Ja, Sparschein bringt nichts. Oh, war mal, war mal, war mal, war mal, war mal. Oh, war mal, war mal, war mal, war mal. Oh, war mal, war mal, war mal. Oh, war mal, war mal, war mal, war mal. Oh, war mal, war mal, war mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Glück ist bei 100. So, jetzt muss ich mich auch dran halten. Technik und Rüstung. So, jetzt muss ich mich auch dran halten. So, jetzt muss ich mich auch dran halten. So, jetzt muss ich mich auch dran halten. Ach, verdammt, eine Landmine. Scheiße, Mann. Technik. Glück brauche ich nicht mehr. So, jetzt muss ich mich auch dran. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Becker moin Grüß dich So Schaut gerade gut aus Das nehme ich noch mit Ja Unternehmer Warte wie lange probiere ich den schon Weiß ich Eins Knapp zwei Stunden Das nehme ich nicht mehr mit Oder Ja Ich werde jetzt 20 Zwei Sekunden bleiben und ich kack ab Ich werde jetzt 20 Kurz mal hochheilen Und noch mal ab durch die Mitte Prost Oh der kam jetzt richtig gut Brauche ich eigentlich nicht Aber nehme ich Jupp 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 Einmal alles bitte Das Das Gut weiter auf Rüstung Ich muss Jupp Jupp Okay. Oh Gott, oh Gott. Technik, gib mir nochmal Technik bitte, komm. Ja, die gute Fee, die geile Fee. Nehme ich beide mit, 39 LP Break, das muss ja jetzt reichen, 0,28 Sekunden für 1 LP. Du hast kaum ausweichen, ich weiß, bin nicht so der Fan von Ausweichen. Ich sag immer, stelle dich deinen Problemen, weiche nicht aus. Gewalt ist immer eine Lösung, rein virtuell jetzt. Okay. 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 Ausweichen 25 Meinst du das reicht nicht? Komm nehme ich ein bisschen Ausweichen mit. Rüstung bin ich jetzt bei 22,12 mehr als wohin. Tempo Technik Brauchen wir nicht. Angriffstempo brauche ich auch nicht mehr. Aber für 42 kann man schon mal. Gut, machen wir weiter. Welle 19. Nur Brodado heute. Nur Brodado. Ja, ich weiß. Ausweichend auf 60. Nur mit einem Char. Wie hieß denn der Penner? Den ich die letzten Tage gespielt habe. Da konntest du den auf 90 machen. Ich mach so lange Brodado bis ich hier live kotze. Genau mit dem Geist, richtig. Ey, ich bin gerade echt guter Dinge. Boah, komm schon dann. Gib mir was geiles. Ich nehme nochmal Ausweichen mit. Technik Nice. Bäume mit einem Treffer. Haha. Bäume mit einem Treffer. Finde ich erst jetzt Welle 20, ne? Geil, oder? Technik Yes. Technik Ja, hoffe ich auch. Hoffe ich auch. Schau mir gleich nochmal alles genauer an. Technik Max Scheiß, für Rüstung reicht es nicht mehr. Aber hier nochmal Technik. Alles klar, so. 53 Technik Rüstung 23 Lebensregeneration 0,24 Sekunden für 1 LP Tempo habe ich auch genug. 30 Also, ne? Mein Grundsatz ist ja immer Versuch. Äh, danke fürs Teilen. Stern, 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 Stern. Halber Stern. Ähm. Ja, hast du gesehen, oder? Das Spiel würde mich trollen, Craigr. Okay. Jetzt einfach am Leben bleiben. Ich feite die gar nicht. Mal die Bäume wegklatschen. Für noch mehr Geschütze. Ich heile mich sehr gut hoch. Ja, 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 ja. Aber siehste, wie wenig Bäume einfach unterwegs sind. Ja, komm, das ist es. Also, wenn ich das jetzt verkacke, ne? Dann könnte ich das Spiel wirklich deinstallieren. Ach, mitlaufen, ne? Hehehehe. Ist glaube ich besser. Hehehehe. Norbert Suche. Ist da ein Anfängerfehler. Das ist auch ein Anfängerfehler. Ahhhh. Buhhh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017